so hallo herzlich willkommen heute wieder ein kleines ankündigungsvideo und zwar werde ich am sonntag wieder streamen ab so circa 20 uhr denke ich mal wird es losgehen wir werden wieder cases öffnen von der chroma 2 von der neuen collection je nachdem wie die jetzt noch im preis sinken denke ich mal so 20 stück werde ich öffnen ein kleines giveaway gibt es auch für alle die jetzt noch nicht das geld oder das glück hatten von der neuen kiste was zu öffnen werde ich die desert eagle star trek bronze deko rausgeben als giveaway das werden wir dann machen genau die ist auf jeden fall extrem cool ich zeig dir gerade noch mal sieht cool aus auf jeden fall star trek denke könnt ihr was mit anfangen würde ich gar nicht viel länger machen das video jetzt könnte mir schon folgen auf twitch schrägstrich angemau lp link werdet ihr auch in video beschreibung finden gebt ein daumen hoch wenn ihr bock habt wir werden wahrscheinlich noch den star trek aufwertungsvertrag hier machen da haben wir schon die sachen gekauft und gegebenenfalls sogar vielleicht schon zu der neuen kollektion auch so einen star trek aufwertungsvertrag wobei da die preise gerade so schwanken dass wir noch nicht sicher sind ob wir da direkt ein machen werden werden wir dann sehen kommen wird auf jeden fall einiges an action werden auch ein bisschen reindatteln und ja ich hoffe ihr seid dabei gebt ein daumen hoch wenn ihr bock darauf habt am sonntag ist es soweit 20 uhr hier gibt away mit der desert eagle star trek ich hoffe ihr freut euch drauf schreibt in die kommentare wenn ihr eine idee habt was wir machen können ansonsten sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum sonntag ciao